Die erste Bodymilk für die Dusche. Neu Nivea in Dusch Bodymilk. Ganz normal mit Duschgel duschen. Dann mit der Nivea Bodymilk die nasse Haut eincremen, abduschen und abtrocknen. Meine Haut fühlt sich weich und gepflegt an. Ich kann mich sofort anziehen. Neu Nivea in Dusch Bodymilk. Die Innovation. Jetzt im Hautpflegeregal.